Teil 2, eine gefährliche Reise. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it! You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before, this hold is your world. The hull is your ground, the deck is your sky, and I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule, you are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Where's my bunk? You might be alright inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes, the chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. What happens if I leave? I said you're not going to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically, what if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here! Nothing's worse than this! Äh, witzig. Was gibt's zum Abendessen? What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What if I need to, um, you know... Use the porno! Don't get anything on the ledge outside, though. I ate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens! Uh, is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this whole sparkling, as if it was clean. Now, get to work! Yo, ho, yo, ho, a pirate's life for me. Eeeh. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, oh, Hilfe. In der letzten Folge, wollte ich eigentlich gesagt haben, haben wir es gerade so geschafft, auf dieses Schiff zu schmuggeln. Uns auf das Schiff zu schmuggeln reden, kann ich auch nicht mehr. Und, ähm, ja, haben dann im Nachhinein festgestellt, also wir noch nicht, er noch nicht, aber wir, dass unsere Tarnung doch entdeckt worden ist. Und jetzt haben wir hier so liebreizende Gäste von Glück reden. At least they don't smell like live chickens. Okay. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Äh. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ja, da kann ich wirklich nur sagen, das stimmt. Ähm, haben wir eigentlich eine Aufgabenliste hier gehabt? Moment, Quizbuch. Meine To-Do-Liste. Nach Monkey Island segeln, einen Weg finden, den Laderaum zu entkommen. Ja, da sind wir gerade bei. Das Geheimnis von Monkey Island. Okay, das sind nur die Alten, die hier drin stehen. Gut. Weil ich habe jetzt schon fast eine Woche lang nicht mehr gespielt. und weiß nur noch so in etwa, dass er was gesagt hat, dass hier alles blitzeblank, glaube ich, sein sollte und er uns sonst nicht raus ist. Wir können ja einfach mal probieren, nach oben zu gehen. Going somewhere, Swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to Mobbin. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Ja, ich wollte einfach mal sehen, was dann passiert, wenn wir doch nach oben gehen. Sich vorstellen, was in der Kiste ist, herausfinden. Okay, wir stellen uns das erstmal vor. Noch mehr Hühner? Ja, könnte sein. Vielleicht auch leicht. Murray? Indeed. I am Murray. The all-powerful-dämonic skull. But you have me at a disadvantage with it, Zombieman. Have we met before? Ähm, ja. Ja, von einer dämonischen Schädelparty. Ich bin mir nicht sicher. Der Name kommt mir jetzt bekannt vor, aber eine dämonische Schädelparty kann ich damit jetzt gerade nicht. Ähm, ach so, ich habe mich verkleidet. Ja. Ich hoffe mal, er verrät uns nicht. Ich meine, er war uns wohlgesonnen. Ich bin in Disguise. In that case, I would think you'd comprehend the value of staying hidden. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Oh, yeah. Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, Withered Zombieman. No problem. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man, uh, Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Okay. Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. Nah, das würde ich nicht sagen. What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Nah. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Naja, anscheinend will er uns da wirklich nichts verraten. Die Aussicht bewundern durch das Bullauge quetschen. Okay. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. Ja, wir schauen uns erstmal die anderen Sachen an. Die Quartiermeisterin hat mir diese Broschüre gegeben. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Komm an Bord. Broschüre für neue Mannschaftsmitglieder. Copyright Lechak. Alle Rechte vorbehalten. Lass dich inspirieren. Folge Lechaks Führung. Vertrauen verletzen. Wutanfälle bekommen. Betrug begehen. Gastwirtschaft ausnutzen. Falsches Zeugnis ablegen. Die Geliebten zerstören. Hallo? Das schöne Zerstören. Körperverletzung androhen. Körperverletzung begehen. Die ermorden, die sich dir in den Weg stellen. Kurzfassung aus dem Buch Piraterie. Nach Art des Lechak. An die Arbeit. Lass dich nicht feuern. Lechip ist so verzaubert, dass sie sich von niemandem außer der Mannschaft entern lässt. Lechip? Achso, das ist das Schiff. Einschließlich dir. Also, mach dir keine Sorgen. Es sei denn, du wirst gefeuert. Denn dann macht ihr Sorgen. Okay. Ähm, Sorgen um meinen Seesack machen. Der Rest von meinem Gehirn ist da drin. Ich hoffe, es wird hier sicher sein. Ja, das ist wahrscheinlich gut. Ich glaube, es ist Schmierfett. Ich hoffe, meine Rümmerte nicht erschrocken. Kein Weg, ich packe das mit meinen Händen. Ich glaube, es ist Schmierfett. Ich hoffe, meine Rümmerte nicht erschrocken. Ja, warum haben die das jetzt andersrum gemacht? Arschloch. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas anderes? Was ist das? Hühnerfett wischen? Kann man das wischen? Eine Pause machen. Erst mal gucken. Haben wir nicht noch irgendwas anderes hier? Das war das Bullauge. Äh, nee. Hier konnten... Ah, nee. Das war noch Spiel passieren. Okay. Ich bin jetzt gedanklich noch bei dem anderen. Ähm, bei Justin Wick. Den Boden wischen. Das können wir ja schlecht mit dem Schmierfett machen, oder? Hm. Quetschen wir uns erst mal durch das Bullauge. Äh, äh, äh. Es ist ein wirklich tiefer Fett. Ich kann es nicht ganz durchführen. Okay. Naja, also wir sollen ja hier alles aufwischen. Die Frage ist, ihr macht das wahrscheinlich immer neu. Komm on! You missed a spot! Is that your catchphrase or something? Hm. Ich denke immer, dass ich hier irgendwas übersehen hab, weil es hier... Moment. Das Bullauge abwischen. Bringt uns das irgendwas? Better. Ach so! War das zu eng ist. Ach ja, klar. Die Grease hilft. Ein bisschen. Äh, Schmierfett, Hühnerfutter, Schmierfett. Müssen wir noch mehr machen? You missed a spot! Seriously, get some new dialogue. Almost. Looks like you missed a spot. Ah, nuts! I've got a good feeling about this, but I won't fit through with the mop. Ja, den hast du vorher ja auch nicht dabei gehabt. Oha! Soll ich das Bullauge zurückklettern? Ohuhuhuhu! Oh, Pi... Äh... Piranha-Fische, wollte ich gerade sagen. Aber reinschauen. Da können wir die Leute kurz zu... Okay, jetzt sehen wir. This one doesn't open. Was war das? Das Ruder ansehen. Äh, hallo? Okay. Da steht da, die Größe des Ruders bestimmen. Okay. Das wird wahrscheinlich dann später nochmal wichtig werden. Ach du Scheiße. Okay, ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Boah, ist der flink. So, was haben wir denn hier noch? Ein Schuss. Ich kann nichts sehen. Ist auch zu, ne? Dieser ist nicht öffnet. Ja, ja. Da können wir auch hoch. Was war da gerade mit dem Anker? Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla, bla, bla. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Bla, bla, bla. Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Ähm, aber du und LeChuck, ihr wart beide schon mal dort? But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. Wie funktioniert der Zaubertrank? How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Was ist drin? What's in it? Oh, um, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Okay, ich hab's verstanden. I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. Hm? Hmm. You look familiar somehow. Das höre ich oft. Wir haben uns vor etwa einer Stunde kennengelernt. Gehen sie manchmal zu Scrubi-Kongressen. Äh. Wir haben uns etwa vor einer Stunde kennengelernt. Wir haben uns etwa eine Stunde kennengelernt. Well, Iron Rose was introducing me around. Ich bin der neue Schwabbi. Das ist nicht ein Bell. Well, egal. Geh und holen uns einen Skull. Einen flatten. Any questions? Warum brauchen wir einen Schädel? Warum brauchen wir einen Skull? Um die Voodoo-Potion zu finishen. Wir haben es nur über das. Ähm. Warum muss es ein platter Schädel sein? Warum muss es ein flattes Skull sein? Weil die Recipe so sagt. Und wo soll ich nach dem Schädel suchen? Wo soll ich nach dem Schädel suchen? Das ist dein Problem. Okay, okay. Kann ich mich hocharbeiten? Kann ich eine Räume haben? Natürlich. Direkt in die Räume, wo du bei deinen Ankeln hängst. für die nächsten paar Jahre. Entstanden? Nichts. Ja, du bist dran. Ja, du bist dran. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ähm. Okay, ich kümmere mich darum. Okay. Ich bin auf. Einen Skull. Flatt. Be schnell über das dann. Meeting. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir haben die Potion, und dann sehen wir, wie ich meine Hand auf dem Schädel Okay. Ich würde mich aber gerne von links nach rechts noch ein bisschen umschauen. Hier gibt es nichts, was man aufgebracht hat. Auf gebrauchte Zaubervorräte kann man hier noch nach links irgendwie gehen, hier drauf. Das ist nur so ein bisschen blöd, wenn man hier alles... Ah, mal selbst abfahren, was? The Potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. Can we den reden? How's the Potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull, like he told you to. If you can't do that, find a regular skull and flatten it. Nice looking skull you've got there. Now before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens. Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Looks like it's empty. Oh, that was fun. But it would be even better, if the cannon was loaded with something. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Okay, okay, dann gehen wir mal kurz hier hoch. Was soll denn hier alles? Top Deck Schedule. One bell, crew voting. Two bells, the chuck shouting. Okay. Nicht streicheln. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet scruffles. These open-plan offices are all the rage now. Okay. Zeit zum Wäsche waschen. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Kann sein. Okay, ich dachte jetzt, dass wir da nicht so schnell reinkommen. It doesn't do much to cut the chillin' here, but I'll take what I can get. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Okay. Was sonst können wir doch hier? I know, Art is supposed to grab you, but this is just taking it too far. Okay, aber sonst können wir jetzt hier im Moment gar nichts machen. Er hat doch eben irgendwas gesagt, dass er was in der Kabine versteckt. Geht's mal runter. Oh. Okay. Können wir das eigentlich nicht? Ich wundere, was er ausmacht ist. Ah ja. Okay. So, was ist mit dir? Mehr bei Madison erfahren. Wir nehmen den einfach mit. Hey, Murray, kommst du mit mir? Ich kann dir auf dem Schiff zeigen. Nein. Ich dachte, der Dialog dauert länger. Ich musste kurz was trinken. Ich denke, du sollst mit mir mitkommen. Nein. Ich kann dich in die Nähe von LeChuck bringen. Ich kann dich nahe zu LeChuck. Hm. Ich würde sehr gerne gerne auf LeChuck sein können. Sehr gut. Du kannst mich transportieren. Okay. Ja, ich befürchte, dass wir dann wieder hier durch raus müssen. Die Frage ist jetzt natürlich. Hat das jetzt irgendwas? Oder, warte, Moment, Moment. Wir haben ja, äh, jetzt geht es. Wir haben noch dieses Ding gesehen unten. Für die Wäsche. Ich weiß nicht, ob wir das damit benutzen können. Also, zu ihm dürfen wir auf jeden Fall nicht hingehen. Genau. Ich werde wahrscheinlich meine Shirt in ein paar Wochen machen, wenn es zu spät. Es gibt Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, Withered Zombie Man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the Torments that I will... I would admire your methods if they had been used on someone else. Uh, thanks, I guess. Okay, ja, dann haben wir ja eigentlich alles, was wir brauchen, ne? Dann können wir direkt wieder nach oben. Uh oh. You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Uh oh. 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 This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin. Uh oh. 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 Ja, was machen wir jetzt? Dann können wir hier hoch. Oh ja. Ach, das habe ich von unten gar nicht gesehen. Ach, ja, da saß er vor. Jetzt verstehe ich das, beziehungsweise er stand davor. Nice view up here. Sure. I'm just looking around for another way to get to Monkey Island. Be my guest. Okay. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons! Don't worry about it. The Chuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint. Squid Ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Sie haben eine Expedition untergraben, um den Preis für sich zu beanspruchen. Diese hinterhältigen Diebe, das ist Piraterie. Das ist eine Art Erleichterung, wenn ich darüber nachdenke. Nehmen wir mal's erst. They undercut my, I mean, Tripwood expedition, so they could claim the price for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed step in the back is cause for celebration. Aha! They're missing a skull. I've got an idea. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, swabby. So, Iron Rose ist doch die eine, die mich reingelassen hat, ne? Da steht auch nur noch einer. I have an amazing idea. Does it involve mobbing? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So? So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. No, we don't even want to go to Monkey Island. Gullet gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. Ähm, ich bin ein wenig überrascht, das zu hören. Was meint ihr damit, dass ihr nicht nach Monkey Island wollt? Warum solltet ihr nicht nach Monkey Island wollen? Ich dachte, der Sinn dieser Reise sei es, nach Monkey Island zu reisen. Well, I thought the whole point of this voyage was to go to Monkey Island. It was. But that was strictly LeChuck's idea. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split six ways. Seven. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk guybrushed threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at one bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What? Unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Oh je. Das hört sich jetzt ehrlich gesagt doch nach einer längeren Aufgabe für uns an. Ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann mit den Überredungskünsten oder vielleicht auch eher nicht Überredungskünsten von Guybrush in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.